Yo, was geht ab Leute? Mein Name ist TheKey und das ist das Interview für LoftNets. Ehrlich gesagt habe ich von euch über Instagram gehört. Ich habe dort ein paar Bilder gesehen, die ich sehr, sehr fresh fand und habe mich da ein bisschen durchgeklickt und bin am Ende auf eure Homepage gelandet. Der Kontakt mit dem LoftNets Team war eigentlich sehr, sehr gut, da die mehrere Sprachen sprechen, auch Deutsch, unter anderem Deutsch, Englisch und Französisch und dadurch war der Kontakt und die Kommunikation mit LoftNets sehr, sehr einfach. Ich habe mich für LoftNets entschieden, da sie sehr, sehr kreativ sind. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die haben mich extrem beeindruckt mit den Bildern und mit der Internetseite und dann habe ich gesagt, das muss es sein. Ich habe mich nach dem Maß orientiert, das ich schon hatte und die Farbe ganz klar beige, weil die einfach perfekt zu meinem italienischen Flair hier reinpasste. LoftNets hat es eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut erklärt. Die Installation war super einfach. Wir waren zu dritt, hätte nicht sein müssen, aber jeder wollte da mitwirken und mal schauen, wie das Ganze installiert wird. Es war super einfach zu installieren und ging auch relativ sehr schnell. Nachdem ich das Netz bekommen habe, hat mir LoftNets direkt eine Mail geschrieben, dass ich nach den nächsten zwei, drei Monaten einmal das Netz nochmal spannen muss und aufgrund dessen habe ich dann das Netz nochmal gespannt, aber funktioniert super, ist sehr, sehr bequem. In drei Worten zu beschreiben, ist sehr, sehr schwer, aber ich habe mich entschieden für diese drei Worte. Bequem, inspirierend, einzigartig. Das Netz, Leute, wird benutzt, damit man sich entspannt, sich frei fühlt, man kann auch drin arbeiten und einfach nur abhängen. Mit meinem Liegenetz bin ich sehr, sehr zufrieden. Das war eine gute Wahl, mit LoftNets zusammenzuarbeiten und ich würde das Ganze nochmal machen. Noch ein Wort. LoftNets ist Primetime. Gönnt euch so ein Netz, probiert es aus, entspannt, relaxed und probiert es aus. Peace. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020